Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir stellen in die meistgehandelten Wikifolios im Juni vor. Ein Monat, in dem es übergeordnet nach oben ging, aber nicht wie an der Schnur gezogen. Wir hatten hin und wieder Rücksetzer und Pausen gesehen, vielleicht die Angst vor der eigenen Courage. Bei mir Nikolaus Nikolzius von Wikifolio.com. Wie ist es denn den Wikifolio-Anlegern gelungen, Performance zu machen? Ich würde sagen, trotz der sommerlichen Temperaturen ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Viele unserer Top-Trader analysieren die Märkte sehr genau und sehen sich die fundamentalen Kennzahlen der einzelnen Unternehmer sehr genau an. Und das hilft dann am Ende des Tages auch in einem nicht gerade leichten Marktumfeld noch eine Performance erzielen zu können. Der Juni war ein relativ starker Monat, ein ungewöhnlich starker Monat. Mit welcher Strategie sind denn die Wikifolio-Anleger hier am besten gefahren? Wenn wir einen Blick auf unsere Anlegerlieblinge werfen, so konnte der Platz 1 auch im abgelaufenen Monat Juni überzeugen, dass Wikifolio chancenübergreifend von André Tomaschke, beeindruckt durch eine durchweg starke Performance bei überschaubaren Kursschwankungen. So wurde im Juni schon wieder ein neuer Rekordstand erreicht. Sein Erfolgsrezept basiert im Prinzip auf der alten Trading-Weisheit. Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Während er sein Schwergewicht und Top-Performer Klinowell Pharmaceuticals mit plus 239% schon quasi ewig im Depot hält, zog er bei der Aktie von Bayer und Volkswagen jüngst relativ schnell die Reißleine und realisierte kleine Verluste. Bei einer Investitionsquote von 70% setzte er zuletzt verstärkt auf die Aktie von First Majestic Silver, Gazprom und Voltabox. In das zugehörige Zertifikat sind im Juni über 1,9 Millionen hinzugekommen. Und was finden die Anleger derzeit noch besonders spannend? Auch das Wikifolio-Spezialwerte von Thomas Dittmer ist mittlerweile Stammgast im monatlichen Ranking der Anlegerlieblinge. Und auch hier dürfte die Investoren vor allem der über einen sehr langen Zeitraum hinweg selten zu findende Mixer aus einer überdurchschnittlich guten Performance und einem relativ geringen maximalen Drawdown überzeugen. Selbst der Kurseinbruch an den Aktienmärkten Ende 2018 hatte keine nennenswerte Spuren hinterlassen. Das lag unter anderem an der zeitweise recht hohen Cashquote. Die beträgt auch jetzt wieder rund 50%, weshalb das Musterdepo von der laufenden Rallye nicht im vollen Umfang profitieren konnte. Das nimmt der Trader aber aktuell auch ganz bewusst in Kauf. Wichtig sind eben möglichst stabile Entwicklungen und eben der Schutz vor starken Rückschlägen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon dicht gefolgt auf Platz 3 bei unseren Anlegerlieblingen. Da finden wir das Wikifolio Minus Sinus Value Select, das von Christoph Newman betreut wird. Zuletzt hat er auch bei einigen Positionen die Gewinne mitgenommen. Während er sich von den Lebensmittelherstellern J.M. Schmucker nach Gewinnen von bis zu 21% komplett verabschiedet hat, wurde bei Walt Disney plus von 27% und Klinowell Pharmazeuticals plus 110% nur Teilgewinne mitgenommen. Ja, das waren in einer Kürze die Anlegerlieblinge für den Juni auf Wikifolio.com. Nikolaus Nikolzios von Wikifolio.com. Vielen Dank fürs Interview. Juni war ungewöhnlich stark und einigen Wikifolio-Anlegern ist es gelungen, diesen starken Monat sogar noch zu schlagen. Bis zum nächsten Mal.